Karl Büchner war ein deutscher klassischer Philologe, der als Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wirkte. Leben Nach dem Abitur in Leipzig bezog Büchner 1930 die dortige Universität, um klassische Philologie zu studieren. Zu seinen Lehrern zählten neben Friedrich Klingner, der ihn besonders anregte, Erich Bete, Alfred Körte, Karl Reinhardt und Wolfgang Schadewald. 1935 wurde er mit der Dissertation Beobachtungen über Vers und Gedankengang bei Lucrez promoviert und arbeitete von 1936 bis 1939 am Leipziger Philologischen Seminar. Seine Habilitation erreichte er 1938 mit einer Schrift über die Andria des Thierens. Nach einer Lehrstuhlvertretung an der Universität Göttingen wurde er bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zum Kriegsdienst eingezogen. 1942 erhielt er im Feld einen Ruf als außerordentlicher Professor von der Universität Freiburg, dem er erst 1943 nachkommen konnte, als er in Russland schwer verwundet wurde. Er war seit 1933 Mitglied der SA und wurde 1937 in die NSDAP übernommen, trat jedoch in Lehre und Forschung nicht im Sinne der herrschenden Ideologie hervor. Nach dem Krieg schrieb er über seine Tätigkeit. In der Nachkriegszeit bemühte sich Büchner um den Wiederaufbau des Freiburger Lehrbetriebs 1948-49. als Dekan der Philosophischen Fakultät. 1949 wurde er zum ordentlichen Professor ernannt und lehnte im gleichen Jahr einen Ruf nach Heidelberg ab. Büchner beteiligte sich am Aufbau des Freiburger Studentenwerks. In den 1950er und 1960er Jahren verzeichnete die Freiburger Universität einen enormen Zuwachs an Studenten der klassischen Philologie. Teilweise saßen über 400 Hörer in seiner Vorlesung. 1976 wurde Büchner emeritiert, jedoch hielt er bis zu seinem Tod 1981 weiterhin Seminare und Kolloquien. Büchner war Mitherausgeber der Schriftenreihen Cetemata und Hermes, Einzelschriften sowie der Zeitschrift Hermes. Die Universitäten Glasgow, Salamanca und Straßburg verliehen ihm die Ehrendoktorwürde. Werk Büchner setzte sich intensiv mit den Gebieten der lateinischen Philosophie, Dichtung und Geschichtsschreibung auseinander. Besonders seine Übersetzungen erfuhren weite Verbreitung. Neben seinen breit gefächerten Forschungsgebieten war er auch bei Einzelthemen ein führender Experte seiner Zeit. So verfasste er für Paulis realen Cyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft den Brief- und Fragmentteil im umfangreichen Artikel über Cicero und den Artikel Fagill und die Artikel Cicero und Fagill im kleinen Pauli. Schriften Römische Literaturgeschichte Stuttgart Römertum Humanitas Romana Studien über Werke und Wesen der Römer Heidelberg Das Theater des Terrens Heidelberg Cicero Bestand und Wandel seiner geistigen Welt Heidelberg P. Vergelius Maro Der Dichter der Römer Stuttgart Druckenmüller 1956 1956 Herausgeber Das neue Cicero-Bild Wiss Hurats Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft Supple BD Ist gleich BD BD Ich bin BD BD